Ja, los, ja, bam, bam, bam. Schädel Baselbruch und Apotheken, kreuzpflichtiges Ratiopharm-Medikament des Todes. Okay, mit der scheiß Karre habe ich jetzt die andere Seite da drüben aufgekriegt. Warte mal, komm ich jetzt da oben auch ran, was ist hier denn schönes, nochmal Strom. Ah, wunderschön. Ja, Joker. Sei nicht so ein Arsch. Sei nicht so ein Arsch. Echt mal jetzt. So. Ich kann es nicht herabreißen, aber es wird das Batmobil tragen können. Ich kann es nicht herabreißen, aber es wird das Batmobil tragen können. Okay, jetzt müsste ich ja dann da oben hinkommen. Fahr mal kurz wieder hoch. Na, geht doch. So, wo sind wir jetzt hier? Der Riddler war auch echt überall, wa? Das. Guck mal. Faltes Gerät. Unterbrecher, komm her, hier. So. Hä? Ist es das nicht? Muss ich da rangehen? Das ist es doch, oder? Ne, ist es nicht. Was denn? Halbleiche. Oder? Halbleiter. Halbleiche. Ich weiß nicht, ob ich sowieso so scheiß kam. Halbleiter. Jetzt komm ich rein. Schön. Kann ich jetzt ausmachen. Eine elektrische Ladung würde den Generator überladen und so den Ventilator ausschalten. Oh, Riddler. Es ist ja tatsächlich ein fucking... Ein Rätsel. Hä? Und du? Achso. 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 Ach, halt doch die Klappe. Und rein da. Und rein da. Und aus da. Und rein da. Und fertig. Geht doch. So, kriege ich das Ding jetzt auch? Unterbrecher. Da, 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 da. Distanz-Hacking-Bed-Claw, da. So. Jetzt hab ich's ja auch richtig gemacht, ne? Oder nicht? Jo. Das Ding dürfte jetzt eigentlich nicht mehr laufen. Der Generator ist an die Hauptstromverbindungen angeschlossen. Der einzige Weg, ihn auszuschalten, ist, ihn zu überladen. Hab ich da gerade? Alter. Hab ich jetzt ernsthaft nur so ein fucking Riddlers-Spiel gespielt? Das ist jetzt nicht der Ernst. Oh. Boah, ich. Tatsächlich. Ich glaub es nicht. Warum konnte ich das denn eben nicht? So. Kaputt gemacht. Schön. Aber jetzt kommen wir auch da unten. Oh Gott. Das ist dann doch so ein Ding. Ja, kommen wir so hoch, wollen wir jetzt auch wieder nicht. So, wie mach ich den? So. Okay. Okay. Anscheinend brauch ich wieder mein Wetzi-Mobil. Okay. 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 Ich werde mal kurz erhängen. Hi. Mit Batmobile Unterstützung. Auch nicht schlecht. So, dann können wir ja jetzt langsam runterladen, oder? Wir stören auf deinem Kreuzzug für Gerechtigkeit. Kommt drauf an. Wir sind die Produkte unserer Ängste. Du bist eine Ausgeburt der Dunkelheit. Und Gewalt. Was denn jetzt? Ist hier nichts, was ich machen kann? Doch da, oh Gott. Wo hast du deine Augen? Und... ...dum... ...dum... Der Strom ist weg. Ich muss es auf eine andere Art bewegen. Auf eine andere Art? Oh, Betsy. Das ist ja nicht dein Ernst, ne? Ich soll jetzt nicht schon wieder... ...dum... Was ist das eigentlich für ein Vieh? Okay, weg. Hm. Okay, das ist es nicht. Wie machen wir das? Betsy, wie soll das funktionieren? Ein stabiler Hacker, der sich... Ja, den kann ich aber jetzt noch nicht verwenden. Scheiße. Das ist doch alles Sheet-Chrome hier. Ich weiß nicht, wo ich lang so... Ich weiß nicht, wo ich lang so... Halt. Ein Elektromotor. Kann mittels der Distanzstromladung aktiviert werden. Ja, natürlich. Das ist immer so klar... ...so in den einfachen Sachen. Da muss mal einer drauf kommen. Kannst du mich jetzt verraschen? Jetzt geht's... Alter, das ist echt Buggy, ne? Boah, die paar Meter, ey. Ich will hier jetzt nicht raus. Muss ich? Nö. Explosiv-Gel. Mensch, 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 Mensch. Diese Aufgabe hier, die zieht sich aber. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Er wusste, dass du es auf den Generator abgesehen hast. Ja, los, hier. Bam, bam, bam. Schädel-Basel-Bruch und Apotheken-Kreuzpflichtiges-Ratio-Farm-Medikament-Des-Todes habe ich euch verteilt. So. Jetzt drohen wir aus. Hallo? Irgendwie ist da gerade nicht so viel passiert, ne? Wie weit würdest du gehen, um deine Freunde zu retten? Bist du bereit, ein Geheimnis zu lösen? Bist du bereit, deine Legende sterben zu lassen? Ich lasse hier gar nichts sterben. Du Kacke. Du Sesselfrutzer. Du Dreckige. Ich muss jetzt erstmal gucken... Ist hier was? Oh, da komme ich drüber. Oh! 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 Das ist noch einer. Es steht immer wieder einer auf, ne? Es steht immer wieder einer auf von den ratzabhängenden Leuten hier. So, hier ist kalt, hat er gesagt. Das kann ich verstehen. Da ist Strom. Muss ich das Ding ausmachen? Nein, ich hätte es verwenden können. Dann hätte ich die alle weggebombt. Ach, ich bin keiner für so Zusatzspielzeug. Fäuste und das ist gut. Der Strom ist weg. Ja, ich weiß. Jo, ich habe es verstanden. Und wir wollen runter. Weiter hoch fährt der Fahrstuhl nicht. Ich muss irgendwie an dem Hindernis vorbei, das den Schacht blockiert. Und durch Zufall ist hier der Gang. Ich gucke an. Ihr Anführer trägt eine Sprengweste. Ich muss ihn zuerst ausschalten. Und jetzt vergesst das sofort. Genau das erwartet er von euch. Ausrüstung, die Soldaten alarmiert, kann ich erst einsetzen, wenn ich die Sprengweste entschärft habe. Diese Typen haben mehr Feuerkraft als der Pinguin. Denkst du, was ich denke? Diese Waffenkiste schreit geradezu danach, manipuliert zu werden. So, und jetzt? Sprengstoffwiste entfernt. Ist doch gar nichts. Ach doch, seine. Was meint ihr, Ladies? Jetzt. Ich setze auf Batman. Denn genau wie ich hat ja keiner als Versorgung im Westen. Ja, das ist wahr. Oh, Alter. Nervt mich doch nicht. Erst muss ich zu den komischen... Ich muss als allererstes zu den Sannis, Mann. Komm. Komm. Ja. Da ist er. Scheiße, 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 Scheiße. Genau. Nein, ich muss ihn doch fertig machen. Du bist noch nicht zu Ende. Macht er denn alles für eine Scheiße in dem Meer hier? Der kann aus demnächst! Bringen wir es hinter uns! Bim, 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 bim. Was macht denn das? Hab ja gerade diese... Das Kissen da, wenn wir was gesehen. Hat der wieder den Scheiß dabei? Na, endlich! Ihr seid doch wohl ein bisschen nervig, Typis, ne? Diese Jungs haben wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Was meinst du, woher sie ihre Informationen haben? Hm, ob Barbara es ihnen gesagt hat? Ach, immer deiner Hand, Langer. Nur ein bisschen Folter und schon fangen sie an. Bitte aufhören! Ich verrate alle von Batmans Geheimnissen. Noch mehr. Gordon ist gleich hinter dieser Wand. Ich muss sie mit dem Batmobil zerstören, damit ich zu ihm komme. Das Batmobil ist doch gleich hier. Wenn ich das Batmobil irgendwie auf den Bohrer kriege, kann ich ihn vielleicht senken. Ja, wie soll denn das jetzt funktionieren? Ist hier das Stromding dafür zufällig? Distanz-Hacking-Gerät. Wo ist es denn? Okay, es ist nicht das richtige Gerät. Nö, 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 Unterbrecher. Ich kann Geschütze nicht deaktivieren. Ach so. Ich sollte es mit dem Distanz-Hacking-Gerät blenden. Ja, dann halt so. Oh, geht noch fün... Uh. Ja, ja, ist okay, ist okay, ist okay. Hier muss jetzt irgendwas sein, womit ich den Strom lahmlegen kann. Ach so. Mein Gott, ich stehe direkt davor. So, wann darf... Wann zeigst du mir denn an, dass ich es zerstören darf? Oh. Manchmal braucht das, ne? Geht doch. Bim. 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 Mh. Bim. Bim. Mh. Jetzt. Ey. Geht doch. Der zweite Ventilator ist aus. Jetzt muss ich das Batmobil auf den Bohrer schaffen. Kriegen wir hin, Bitsi. Ich hab das Ding schon mal abgeseilt hier. Jetzt fahren wir runter. So. Weiter komm ich mit der Rinde nicht. Jetzt. Das ist der Punkt, was ihr? Ja, das ist der Punkt, was ihr? Okay. Okay. Das ist ein riesen Bohrer. Das muss einem mal einer erzählen. Weiter wird es mit dem Bohrern nicht gehen. So. Was hatten wir jetzt nochmal vor? Betsy? Wenn wir diese Folge hier schon übelst lange machen, müssen wir jetzt langsam mal da ankommen, oder nicht? Hallo? Ich muss noch tiefer. Bitte. Nicht der Ernst jetzt. Achso. Okay, da muss ich jetzt wahrscheinlich alleine hin. Ich darf alles alleine machen. Und wieder ein Strom-Ding in hier. Zum Glück hat er Gummihansu an. Ansonsten hätte er jetzt echt ein Problem. Sie scheinen sich ganz in der Nähe des Commissioners zu befinden. Ja. Aber dieser Tunnel führt in die falsche Richtung. Durchsuch alle Pläne, die du finden kannst. Ich tue, was ich kann, Sir. Versuchen Sie, sich nicht zu verlaufen. Ja. Ich zeige ein. Vielleicht geben wir hier noch den ganzen scheiß Weg lang. Oh. Ich hab gefragt, ob es das in Schwarz gibt Aber dann wärst du bloß neidisch geworden Oh mein Gott Die Typen sind immer noch So, es gibt keinen Ausweg Ich fürchte, der Ausgang aus diesen Tunneln wird durch den Arkham Knight kontrolliert Dann muss ich kämpfen Panzerung und Bewaffnung des Batmobils sind diesem Fahrzeug nicht gewachsen Ich aber schon Ich finde einen Weg Na klar Dann weih mich mal ein Du hängst mich nicht auf Du wirst hier unten sterben Allein im Dreck Komm raus Sofort Komm raus Ich finde dich, Bergman Das war ja mal wieder die härteste aller Härten Sieh mich an, wenn du stirbst, Batman Sieh mich an Gott, was Da ist ja nur ein Stück Rauch drinne Stell dich, Feigling Ich muss jetzt wieder mit irgendwelchen kleinen Spiränzchen Hallo, hier bin ich Du kannst dich da unten nicht verstecken Oh, da kommt er Du kannst mich denn kommen Wo bleibt er denn jetzt? Stell dich Du kannst dich da unten nicht verstecken Du kannst dich da unten nicht verstecken Da komme ich hinterher Komm raus Sofort Das wollte ich doch auch gar nicht Er kommt mir halt bloß hinterher Was ist denn der Scheißvieh jetzt? Komm raus Da Lass uns da erstmal hier lang Alter Nicht sein Ernst jetzt Wo bist du? Ja, der hier Stell dich, Feigling Ich warte ja auf dich Du Spinner Ich finde dich, Batman Das ist nicht sein Ernst Was fährt denn der an mir vorbei? Komm raus Der fährt jetzt nicht bis vor und zurück, oder? Oh, okay Alles klar Hallo Siehst du mich jetzt? Wo bist du? Ich sehe dich Du kommst hier nicht weg Oh, doch Es ist vorbei Gott Was ist er denn? Du hältst mich nicht auf Du wirst hier unten sterben Allein im Dreck Du kannst sie nicht vor mir verstecken Wo ist er denn jetzt? Oh Er ist schon wieder da Du kannst mich denn kommen Du kannst dich da unten nicht verstecken Stell dich Da hinten ist er da Jetzt fahren wir links, okay? Gut Ich kenne die Strecke jetzt zwar noch nicht Aber ich hoffe mal, ich komme hier lang Ohne weitere Probleme Oh, nein, nein Oh, nein, nein Okay, okay, okay Dieser kleine Spritzer Scarecrow hat recht Die Welt sollte erfahren, was für ein wertloses Wesen du bist Okay, dann erzähl ich ihm das bitte Ja, erzähl ihm das doch mal bitte Ja, ich auch nicht Ich möchte mit dir jetzt hier die lange Straße langfahren Du kommst hier nicht weg Müsst du Zeig dich endlich Zwei Meter, ne? Ich finde dich, Bergman Ups Wo bist du? Du kannst nicht entkommen Okay Dann war's das Auf für wen? Das ist die Frage Oh mein Gott Hey Natürlich muss die letzte Strecke wieder schwieriger sein, ne? Es gibt keine So Danke Das hätte sie nicht früher machen können Als ich noch mit dem Typen hier in dieser scheiß Bora-Bagger-Fahrzeug da beschäftigt war Danke Ne Hallo? Mensch Windereinsatz Danke Nee Kein Ausblick Ich hab's geschafft Dich in die Ecke gedrängt Getan, was kein anderer je vollbracht hat All die Jahre All die Feinde Keiner versteht dich so gut wie ich Glaubst du, Crane hat Oracle von selbst gefunden? Ich hab' ihm von Barbara erzählt Ich Ich hab' doch gesagt, dass ich alles über dich weiß Aber keine Sorge, Bruce Manche Geheimnisse bewahre ich für mich Das war mein Betsy-Mobil Hatte's ne Putte macht Ja Damit ist der Spaß vorbei Bin ich jetzt Oh ne Oh ne Oh ne Ich schaffte doch Jetzt könnt ihr nicht mehr abhauen Nein, die Wiederbelebung läuft garantiert nicht, du kleiner Habt ihr Angst? Ich leuchte dir auf Ach, mach mit dir Aua Los Jetzt macht er einfach hier Tödlicher Donnerschlag Und dann ist gut Glaubt ihr, ihr könnt ihn besiegen? So läuft das nicht So Läuft doch Hol mich hier raus, Batman Wir müssen zu Scarecrow Ja, hallo Gordon Sag bitte Sag bitte Sag bitte Okay, ich mach erst mal ein Stück Ähm Dan-dan-dan-dan-dan Betsy, hat er was? Hat er was? Oh ja, hat er was Mit diesem äußerst starken Angriff können mehrere Gegner mit einer Bewegung ausgeschaltet werden Visiere dein Ziel mit einem Gleittritt an und halte die Sturzangriff-Taste gedrückt Wenn du das Betsy-Mobil vor dem Aufprall füllst wird dein Ziel und jeder der sich dahinter befindet K.O geschlagen Sag mal ja Bäh Oh, sieht doch gut aus Machen wir mal Und jetzt befreie ich dich, mein Freund Okay? Dreh dich um Oh nein Wer bist du? Du hast wirklich keine Ahnung Dreh dich um Dreh dich um